Hallo, mein Name ist Forrest, Forrest Gump. Möchten Sie eine Praline? Ich glaube, ich könnte sie fundweise essen. Meine Mama hat immer gesagt, eine Klausur ist wie eine Schachtel Praline. Man weiß nie, was man kriegt. Das müssen ja echt gute Hausaufgaben sein. Dafür bekommt man bestimmt 15 Punkte. Ohne Probleme. Ich wünschte, ich hätte auch solche Hausaufgaben. Dann musst du denen ja Mühe geben. Mama sagte immer, Hausaufgaben können dir über einen Menschen ganz schön viel erzählen. Wie fleißig sie sind, wo sie gemacht wurden. Ich habe schon sehr viele Hausaufgaben abgeschrieben. Und wenn ich mich ganz doll anstrenge, kann ich mich bestimmt an meine erste abgeschriebene Hausaufgabe erinnern. Alles Gutes geht immer wieder. Wie viele WUNTER Sehimize. Ich würde nur die Wohnung für eine Schachtelkabe eingehen. Ich bin nicht so viele zerstört, wenn ich schon was. Ich bin nicht so viele Yen-Jerferf oder S-M-A-Z. Ich gebeur. Ich bin nicht so viele. Ich bin nicht so viele. Ich bin aber nicht so viel. Aber das ist die erste Einzulgelegen. Also kann ich mich nicht so viel mehr machen. Untertitelung des ZDF, 2020